389 und 390. Okay, wir machen jetzt eine Probe. Als erstes Mal ohne und dann mit Malung. Konzentration. Okay, seid ihr ready? Ja, und action. 5, 6, 7, 8. Oh, 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 oh. Stopp, stopp. Was habt ihr denn da für Kids angeschleppt? 389 und 390. Ihr geht jetzt mal nach hinten. Ja, du mit dem Geglitzerter und deine Freundin. Ihr seid gemeint. 389, 390. Weiter. Jetzt ist aber echt genug. Noch weiter. Ganz nach hinten? Ja, da sieht er super aus. Und mindestens 2 Meter Sicherheitsabstand von den hysterischen Girls, sonst drehe ich noch völlig durch. Ich brauche noch meinen Kaffee-Charate-Soja bei 23 Grad, wie immer. Ja klar. Ja klar.